Hey Leute, mein Name ist Paco und ich bin neuner beim BRC und ich zeige euch heute ein paar Tipps und Tricks, wie man einen guten neuner Pass hinbekommt. Man fängt an, wenn sich das Rug vorhin befindet, wenn man nach links passt, mit dem rechten Fuß so eng an den Ball zu gehen wie möglich. Dabei fängt man schon an, den Körperschwerpunkt nach unten zu drücken und das linke Bein auszustrecken. Das linke Bein muss nicht zum Ballempfänger zeigen, aber sollte zumindest nicht mehr in Richtung Rug zeigen als Richtung Ballempfänger. Dann geht man runter, wie gesagt, man versucht den Ball über die Brust zu haben. Hände an den Ball, Blick zum Ballempfänger und dann das Munkment durchzuziehen. Und dabei die Hände, die Hände ist ganz wichtig, man muss die Hände und Arme zum Ballempfänger zeigen und dann ein, zwei Schritte Richtung Ballempfänger gehen und dann beim nächsten Kontakten schon gleich dabei zu sein. Mein Eben und Adolphin Eben und Adolphin Kischer